BTEC – Weiterkommen! Der erfolgreiche Hersteller Hartmetall-bestückter Verschleißwerkzeuge bedient Verschleißschutzlösungen sowie vielfältigste Anwendungsbereiche. Die Produktion am Schwarzwälder Firmenstandort garantiert beste Produktqualität made in Germany. Die erfahrenen BTEC-Fachkräfte nutzen Erodiermaschinen, Hochleistungsfräsen sowie modernste 3D-CAD-Systeme, die ausgezeichnete Werkzeuge aus Wolfram-Kabit und Kobalt entwickeln – auch in kürzester Zeit. Das Sintern der Grünlinge übernehmen moderne Sinter-HIP-Anlagen. Die Qualitätsprüfung obliegt dem hauseigenen Werkstofflabor. Trotz unterschiedlichen Wärmeausdehnungsverhaltens gelingt eine optimale Lötverbindung. Rundschaftmeißel werden mit Spannhülsen und Verschleißschutzscheiben bestückt, um diese später etwa auf Straßenfräsen einzusetzen. Vollautomatisch verläuft das Verpacken der Hartmetallwerkzeuge in sogenannte Toolboxen. Diese Werkzeuge sind unerlässlich, wenn gefräst, gebohrt, Material abgebaut, stabilisiert, zerkleinert oder recycelt wird. Weiterkommen mit BTEC – ein starkes Stück Schwarzwald.